Pippa Middleton erwartet ihr erstes Kind Nachwuchs in der erweiterten royalen Familie, die Schwester der britischen Herzogin Kate ist schwanger. Pippa Middleton ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Das bestätigte die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate, 36, am Donnerstag in ihrer Fitnesskolumne für das Magazin der Supermarktkette Weitrose. Gerüchte kursierten schon seit Wochen in den Medien. Anzeige! Anzeige! Anders als ihre große Schwester habe sie aber nicht an morgendlicher Übelkeit gelitten, schrieb Pippa Middleton. Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgen Übelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen, so Middleton in ihrer Kolumne. Kate hatte bei all ihren drei Schwangerschaften an starker Übelkeit gelitten. Für Middleton ist nach eigenen Angaben Fitness in der Schwangerschaft sehr wichtig. Ich merke, wie mein Körper sich verändert und ich zunehme, schreibt die Schwester der Herzogin in dem Magazin. Aber sie fühle auch, wie ihr regelmäßiges Training ihren Körper für Schwangerschaft, Geburt und die Phase danach stärke. Mediale Aufmerksamkeit erlangte Middleton als Trauzeugin und Brautjungfer ihrer Schwester bei deren Hochzeit im Jahr 2011. Sie arbeitet als Eventmanagerin und hat als Autorin einen Party-Ratgeber veröffentlicht.